Fünfzehn! Wir sollen sie Stunnen! Na dann gucken wir mal, dass die Schatten eher super was wir machen. Das ist schon deutlich angenehmer. Hier noch ein Panda, hier der... Oh, sie werden wieder schneller dann noch einmal schlafen. Hier ist noch eine Schnelle, hier ist es wieder ab. Und wir schlafen sie wieder ein bisschen ein. Hier auch noch ein bisschen, hier noch ein Affe. Komm, schlafen, da auch noch. Oh nein, ich habe daneben geschossen. Hat aber irgendwie trotzdem gegolten worden. Und die Runde ist geschafft. Drei Sterne, dann auf in die nächste Runde. Bitte.